Mache mit dem rechten Bein einen großen Schritt nach vorne und führe das hintere Knie Richtung Boden. Stoppe mit dem Knie erst kurz über dem Boden. Dreh den gesamten Oberkörper nach rechts gegen den Oberschenkel, komme zurück zur Mitte und drück dich aus dem vorderen Bein wieder nach hinten heraus, um die Beine zu schließen und die Seite zu wechseln. Achte darauf, dass das Knie des Standbeins nicht über die Zehenspitzen hinausschiebt, sondern über der Ferse bleibt. Bis zum nächsten Mal.